Schnappt sich City statt Bellingham einen Bayern-Spieler? Die Citizens gehen bei Jude Bellingham wohl leer aus. Da aber 49 Millionen Euro Einkauf Calvin Phillips bislang gefloppt ist und auch Ilkay Gündogan den Klub verlassen könnte, sucht Pep weiterhin Verstärkung im Mittelfeld. Die könnte er nun beim FC Bayern finden. Laut dem Mirror wolle sich Manchester City im Sommer um Ryan Gravenberg bemühen. Der hat in seinem ersten Jahr in München den Durchbruch noch nicht geschafft, kam aber auch nur sehr selten zum Einsatz. Trotzdem genießt der 20-Jährige scheinbar einen guten Ruf in England, da er neben den Sky Blues auch schon mit Arsenal und Liverpool in Verbindung gebracht wurde. Was meint ihr? Lassen die Bayern Gravenberg auf die Insel ziehen?